Oh mein Gott, willkommen zurück! Mir ist so kalt! Es ist so kalt! Ja, genau das wollte ich jetzt tun. Wir gehen nach... ähm... rechts. Äh, mir... Ich war hier doch überall schon mal... Egal, gehen wir jetzt zurück ins Zulorf einfach. Und dann gehen wir in die Wüste und dann... Ja, nichts und dann nichts, wa? Hä? Was zum Geier? Wie bescheid ist das denn hier? Badabada-ba! Äh, lass mich! Bada-ba-da-ba-da-ba-da! Jetzt verpiss dich, du scheiß Vogel! Echt! Mann! Sack hast du! No, immer diese blöde... Ge-blah-blah-blah-blah-blah! Ihr wisst schon! Steine! Kissen, halt mit sie! Oh, ich wollte den gerade abwerfen! Hehehehe! Okay! Meine Feststelle hast du disaktiviert! Warum? Oh, Mina! Ich bin auch oft, um Zulorf umzusingen! Selbst hier lieben sie die Ballade vom Windfisch! Was ist denn dein Lieblingslied, Mina? Mein Lieblingslied? Ich hab kein Lieblingslied! Oh, ich wollte doch das Herz haben! Okay! Herzlich Willkommen in der Wüste! Die Wüste sieht aus wie... Der Strand! Aber... Okay! Oh, wie wär's mit... Lass mich! Da wär ich nicht hin! Oh, tschüss! Welcher Trottel läuft da auf dem Sand herum wahrscheinlich? Ich... Tut mir leid! Miezi nicht jetzt! Miezi nicht jetzt! Geh weg! Miezi! 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 Au! Ach so! Geht weg! Was hast du zu sagen? Schlaf ist gegen das Ende des Böse! Schlaf ist gegen das Ende des Böse ist... Schlaf ist gegen das Ende des Böse ist... Hä? What the fuck? Ich bin kein Trottel! Merkt ihr das? Ein Dieb! Ja, okay! Aber kein Trottel! Was ist denn? Miezi nicht! Komm schon, komm schon! Ernsthaft? Das war's schon! Der... Hey. Okay, nochmal. Mit dem Wunderschlüssel öffnet sich das Tor zum Wundertunnel. Yay. Der hinter dem Wasserfall liegt, wie die Oli uns gesagt hat. Aha, so hängt alles zusammen. Toll, wieso wollt ihr mich denn umbringen? Hallo, Walkie. Walkie? Heißen die Walkie-Talkie? Oh, hier gibt's was. Eine Zaubermuschel, jetzt haben wir schon zehn. Ich muss kurz mein Auge kratzen, so. Yay. Ich nehm heute übrigens zwei Parts auf. Oh, dann kann ich den einen heute hochladen und den anderen morgen. Oh. Und da krieg ich nicht mein Herz. Nein, 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 lass mich. Hallo, Oli. Uhu, der Schlüssel hat die Form eines Fisches. Du solltest zum Wasserfall in den Bergen gehen. Dort, wo das Wasser dann verschwindet, musst du nach unten springen. Okay. Ähm, dann tun wir das doch. Das sieht ja creepy aus, eigentlich total. Marin, ich bin fast tot. Du musst mich retten. Du kannst mich nur durch einen Kuss retten. Gut, gehen wir auf den Berg. Vielleicht finden wir Gaia-Walli wieder. Hö, hö. Ah, ich bin heute irgendwie müde. Nein, lass mich. Ich hab eh so wenig Herzen. Hau ab. Hau ab. Hey, Süße. Heil mich mal. Du hast gesagt, zum Verkauf. Oder lieber doch nicht. Du hast ja schon. Aber heil mich. Dove Kuh. Blöde Gaia-Walli. Du bist nur scharf auf mein Geld. Du bist nur scharf auf mein Geld. Scheiß Weiber. Link ist viel zu toll für Mädchen. M-M-Mädchen. Für M-M-Mädchen. Lass mich. Ich hab mal voll die Krise gekriegt. Oh mein Gott. Lasst mich alle drüben. Ich hab doch nur Angst. Berg. Berg, Berg, Berg. Hallo. Ich war hier doch schon mal. Aua jetzt. Aua jetzt. Ist mal ernsthaft. Ich war hier doch schon mal, oder? Hallo. Ein Three-Four-Stings-Pups der Stärke. Yay. Ey, geh weg. Oh mein Gott. Ah, hier kann ich rennen. Ja, jetzt tötet ihr doch erst mal das Viech. Meine Stimme ist weg. Äh, die Stiefel wollte ich. Ach. Ach, das wollte ich doch gar nicht anschauen. Okay. Hey, Typ da oben. Boah. Schauen wir mal, ob wir zu dem Typ da oben kommen. Ich hab für den nämlich was. Ihr kennt diesen Typ übrigens. Der hat zu uns nämlich mal gesagt, er hat das Gefühl, dass er sich später mal in den Bergen verirren wird und ob wir ihm dann was zu essen geben. Könnt ihr euch erinnern? Das ist der Vater vom Baby. Oh. Na toll. Oh, eine Kiste. Hallo. Lass mich jetzt. Ja, klar. Hallo. Feigling. Bist du hier? Hallo, Typi. Tja. Ich hab mich verlaufen, wie ich es vorhergesagt habe. Und jetzt bin ich so k.o. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Hast du zufällig etwas Essbares? Für mich ja eine Ananas. Mh, diese Ananas sieht ja lecker aus. Ich muss sie gleich essen. Nom, 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 nom. Lecker. Ich gebe dir dafür einen Hippicus. Hibiskus. Für die Ziege. Danke. Tschüss. So schnell bekommt man einen Hippiskus. Ich will in das Haus da rein. Vielleicht gibt's da Herzen. Ich will Herzen. Du. Ah. Lasst mich einfach. Ah. Ich hab nur zwei Herzen. Toll, wo das Wasser aufhört. Sollen wir nach unten springen? Na toll. Ich glaub, hier kommen wir nicht weiter. Hey, Mietz. Geh mal halt. Ey, ihr kriegt mich niemals. Wieso gehst du nicht die Leiter hoch, du doofer Kerl? Bede. 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 Ja, klar. Tod. Nein, doch nicht. Boah, ich leb noch. Ich leb noch! Wie kann ich denn jetzt noch leben, hey? Hahaha. Vielleicht sterbe ich wegen einer Fledermaus. Ich hab Angst. Kann ich bitte ein Herz kriegen? Bitte. Ich sag doch ganz lieb nett, bitte. 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 Yeah. Danke. Niemand spielt so schlecht selber als wie ich. Als wie ich, weil es gibt das nicht. Weiß ich doch. Och, Berg. Hä? Wie bescheuert. Wir müssen erstmal irgendwo den Scheißschlüssel reinstecken. Ey, du Schwein. Mietzi, lass den Kleiderschrank zu. Nein, nicht Miau. Badadada. Au! Ich war gerade abgelenkt. Da will ich hin. Yes! Hau ab. Hau ab. Hau ab. Hau einfach mal ab. So. Hier haben wir einen Teleporter. Sehr schön. Den aktivieren wir auch gleich mal. Hau ab. Hau ab. Hau. Hau ab. Hau ab. Hau ab. Hau. Hau ab. Gib mir doch den Hibiskus ab, wenn wir schon mal da sind. Gefallen tun? Ja, klar. Könntest du für mich einen Brief zu Dr. Wright bringen? Er lebt am Rande vom Zauberwald. Bitte. Ja, natürlich. Du hast einen Brief gegen einen Brieftauschblume. Dingsbums. Ja, das war ein deutscher Satz. Lasst mich. Ich hab's heute nicht so mit der deutschen Sprache. Warum? Ähm, keine Ahnung. Und noch ein weiter. Yay. Hier waren wir doch schon mal. Warum bin ich hier nicht weiter? Ach, so ging nicht. Haha. Was ist denn jetzt passiert? Och, nervt mich das. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Schon wieder? Geh auf den Berg. Geh zum Wasserfall. Geh zum Wasserfall. Ich bin beim Wasserfall. Ah. Herz. Geh doch. Warum denn nicht gleich so? Hahaha. Ihr lacht euch bestimmt schon tot wegen mir. Bitte, bitte sterbt nicht. Okay, ihr seid echt tolle Menschen. Glaube ich. Ich meine, ich kenne euch nicht, aber ich glaube trotzdem, ihr seid tolle Menschen. Ja, was will ich denn immer damit? Spürst du die Energie? Oh mein Gott, ich krieg psychische Probleme, wie ich dieses Spiel... Ah, geh weg! Toll. Meinst du, die Forstingsbums, der Stärke ist weg? Au! Lass mich einfach! Wer braucht schon ein Götterer... Göttererhorn? Ich nicht. Denn mir passiert nie was. Ich schwebe nie in Lebensgefahr. Das Spiel ist viel zu leicht. Nicht. Oh Mann. Renn, Link! Renn! So, probieren wir das Ganze nochmal. Yay! Wasser! Yay! Kein Wasser! Yay! Ein Dungeon! Oh, ich weiß, wo wir sind. Höhöhöh. Fischgrotte. Wundertunnel. Oh. So. Oh. Ich würde sagen, ich beende den Part hier. Und diesem Wundertunnel widmen wir unsere Zeit das nächste Mal. Ich bin müde. Adios und Tschüss, Fikowski. Oh. Vielen Dank.